Das ist mir ein Klaps auf die Schulter und ein höflicher Applaus Was ist denn schlank im Couch und bei der Tisch eine Hälfte vor dem Goppellenhaus? Was ist denn euer Scheiß-Day-Dauer? Bin ich nicht da vor einem Zug in Wärm? Was ist denn mein Fester-Frei? Bin ich zwei Hälfte der Stimme?